Kaka! Kaka, kaka! Boah, ist irgendwie verschluckt jetzt halt. Halt dein Maul. Halt deine Schnauze, Digga! Halt deine Schnauze, Digga! Ey, die haben ein neues Lied, ne? Ich mag Milfs. Ich darf nicht filmen! Doch! Barbecue-Sose von Kinderwals. Das ist eine Parodie und die hängen da nur im Musikvideo, hängen die nur mit alten Müttern ab. Oh, geil. Und dancen mit denen. Ohne Witz. Und die lachen direkt voll aus. So richtig mit Knieschonern, alte Mütter, oder? Mit noch nicht. Knieschonern. Na, wenn die Brüste so weit runterhängen, dass er auf dem Flügel sieht. Das ist richtiger Alex-Humor. Ja! Den kannte ich doch gar nicht. Sonst kenn ich die meisten, aber find die trotzdem lustig. Siehst du, es ist nicht nur Alex-Humor, es ist auch Marcel-Humor. Ja, Marcel lacht über alles. Was? Nein! Das ist eher umgekehrt. Ja. Marcel lacht über nichts? Ja. Nee. Was? Ja, stimmt. Marcel lacht sehr wenig. Du musst mal sein Far-Cry-Let's-Play ansehen, ey. Da lacht er überhaupt nicht. Ja, da gibt es auch nichts zu lachen, mein Freund. Doch. Dich? Du fragst, wer so scheiße drin ist. Ja eben, das war ich nicht auch. Dann ist einfach Wagi-Dats-Spiel und kacke und langweilig und immer dasselbe. Ich fand's lustig, wie der Adler das Schwein in die Ecke geflogen hat. Ja, Alter. Dann hast du mit dem Granatwerfer zerlegt und hast so, uh, uh. Ja, das ist voll explodiert. Normalerweise liegen die Leichen am Boden und ich kann die klauen. Ja. Aber dann ist da voll so die Verdammt-Fontäne, ey. Da hab ich mich erschreckt dann. Ja, das war wirklich witzig. Das war einer der wenigen Momente, an die ich mich gerne zurückerinnere. So, jetzt willkommen zu einer weiteren Runde. Milder! Oh Gott! Heute mit besonders viel Anteil mild. So. Wir spielen jetzt eine tolle Map. Alex, wo sollen wir hin? Alles klar, mach ich. Alles klar, wird gemacht. Ey, das ist die geile Map. Pass auf, Silvanas alleine bot. Alles klar, Schätzi. Okay, dann geh ich hoch. Max, wenn du sagst, die Lochis haben ein neues Lied über Milfs. Können wir da auch Mild draus machen? Dann machen wir eine Parodie zur Parodie. Machen wir Milfs. 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 Die haben ein Lied über Milfs. Ich mag Milfs. Die haben ein Lied über Milfs draus gemacht. Ja. Das haben wir gerade erzählt. Leute, bitte guckt das nicht an. Ich hab nicht... Ja, aber die sind doch... Da könnt ihr genauso gut nie mehr kaufen, Alter. Haben die in der Schule schon gelernt, wie das geht? Ja, das ist ja das Witzige. Ich hab mich total... Ist eine Parodie, Chris. Achso, das ist eine Parodie. Jetzt nimm mal eine Verarschung in dem Alter. Warum nehm ich das denn alleine ein und vier Leute stehen hier im Busch? Ja, damit du baiten kannst. Achso, aber du stehen. Guck mal hier, ich bin ich. Ey, Chris. Ja, du bist einfach der Master Baiter. Ja, guck mal hier, ich bin ich. Äh, 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 äh. Aber, ja, aber, nein, aber. Lasse, gissl. Hier sind zwei. Aber nein, aber naja. Wo sind denn die alle? Hier sind zwei. Ja, das ist gut. Dann kriegen wir hier die Kiste. Dann fick ich die. Halt die einfach nur zurück. Au! Ey, hier ne Bl hive. Allesgleiche, bl hivel. Ich hab dicke Eier. Boah, Alter, lag, ey, was soll denn der Scheiß? Ach, wie konntet ihr mich denn trotzdem noch sehen? Ich kistel und du hältst dich von mir weg, ja? Okay, okay, lass den in Ruhe, hau ab, geh weg. Ich, äh, aber nice, die pushen, das ist gut. Ach, scheiße, jetzt hab ich, ich wollte ja früher abbrechen. Ach, da ist die Johanna hier wieder. Ja, ja, geh nicht so nah in den Turm ran. Ich geh mal eben an, das... Die geile Johanna. Alter, der heißt, der heißt krasser Kerl. Alles cool, alles cool, alles cool. Ja, wir gehen zum Truhe. Wir gehen zum Truhe. So, soll ich auch hin? Oh, einer ist wieder da. Ja, alle, alle. Das ist mittlerweile nur eine Truhe noch. Ich hab hier einen Anub. Nee, 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 die Truhe ist weg. Okay, go, 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 go. Auf dem Balfurion. Nehmen Anub Arack, weil der hat die Münzen. Ja, aber da kommen wir nicht ran. Hinter uns. Oh, der war dumm, Alter. Das ist die, die nicht OP ist, ne? Ja, ja, die ist nicht OP. Die ist ja noch unaufhaltbar. Oh, fuck, 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 fuck. Warte. Vorsicht, 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 Vorsicht. Ist besser als Damage. Was kann die? Kann die schmeißen? Scheiße. Ja, die kriegen wir, die kriegen wir. Nice. Oh, jetzt bin ich da reingelaufen. Okay, jetzt zur Truhe. Ja, die ist schon weg, die ist weg. Ja, hier, da kommt der. Ich mein, ich mein, ich mein abgeben. Wir können die Lager machen. Wir können einfach abgeben, einfach abgeben. Okay. Was, Kebab? Wir können doch sonst noch die Lager machen. Die geben doch auch Gold. Baba, Kebab. Ja, ja, ja. Okay, dann geben alle ab. Und wir machen schon mal das Lager. Okay, wir müssen erstmal eigentlich zurück und aufladen. Und dann können wir wieder weiterpumpen. Ja, Lager können wir ja noch machen. Jo, jo. Ich beschütze den Marcel noch kurz. Schlitz. Danke, das ist nett von dir. Go, go. Wieder auf die Mittel. Das hier auch noch, das hier auch noch, Chris. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Nee, du bist die andere schon. Marcel hilft dir. Ja, das. Geil. Hallo. Hi. Hi. Ich bin's Marcel. Ihr kennt mich aus dem Format wilder Joghurt auch. Wilder Joghurt. Wilder Joghurt. Ja. Heute machen wir mal den wilden Joghurt. Nee, das ist ein anderes Format von mir. Da geht's um Anpacken und so. Okay, Backport. Da bist du ja auf YouPorten unterwegs. Ich muss mich nicht Backporten. Nee, Marcel, hab ich noch gesagt. Komm mal zu, was ich sag, Alter. Ich schlack dich kaputt. Ey, der haut den gleich kaputt, ey. Ich schwöre dir. Ey, da mach ich keinen Kompromiss, ey. Komm mal hoch. Popo Mist. Soll ich hochkommen? Okay. Okay, es sind alle Mist, passt auf. Ich komm mal hoch. Johanna ist da. Alter, die hat ein Tiger dabei. Scheiße. Der will den T-Jaw, mein... Der war ein T-Jaw. 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 Okay, ich push wieder Botlin, ja? Es sind immer noch vier Mist, passt auf. Oben ist ein Lager von denen, das so. Okay. Geh me dop. Oben ist... Johanna. Geh me dop. Johanna. Wir haben zwei Mist. Ich hab ja unten auch zwei Mist. Beziehungsweise, ja, doch. Jetzt wird wieder... Die machen, glaub ich, Lager. Ja, die haben grad das Lager gemacht. Jetzt ziehen die bestimmt, äh, Bot-Deffen. Dann rotiere ich so lange hoch. Okay. Und, äh, knall die. Also runter. Ja, sie Deffen, Bot-Lane. Absolut. Ich hab' ich predigte. So, jetzt machen wir den Tower. Oh, auf den Gaslo, auf die Gaslo! Oh shit, schick. Nee, nee, nee. Ihr seid nur zu dritt da vorne. Ihr seid nur zu dritt da vorne. Ja, aber, nee, nee. Aber das sind zwei... Nee, nee. Ihr seid nur drei. Kann man zählen. Ja, aber die Gegner sind auch weniger. Alles gut. Mann, Chris! Laber doch dich hier einfach rein! Was heißt, die labern hier vor ein? Ich hab' gesagt, ihr seid drei. Ich sag dir nee, nee. Okay, reicht jetzt. Jetzt können wir weg. Wir bauen die Hilfe. Kommt runter. Ja. Daneben. Jetzt auf die Johanna. Kriegen wir die? Nee. Arsch. Okay. Hier ist die Truhe. Können wir machen. Jetzt, wo wir grad Druck haben. Auf'm Arsch. Ich hab' immer noch da rum. Ich hab' immer noch da rum. Silvanas ist halt einfach geil für die Truhe. Da geht das einfach nur ratzfatz. So, sehr gut. Okay, ich rotier' nach unten. Ich geh' mal abgeben. Kebab, Junge. Kebab, alles klar. Kebab! Ah! Vorsicht! Auf den, auf den mit dem Gewehr! Der Block! Mit dem, mit dem Schießgewehr! Bam! Geht's auf Johanna? Gebt mal ab in der Zeit. 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 Gebt mal ab. Ja, warte, warte, warte. Die wollen gleich noch mal. Die wollen gleich noch mal. Die gehen gleich rein. Okay. Go, go, go. Marcel! Ja, ich war gemesselt, Johans. Wieder weg. Wir versuchen uns gerade nicht zu kiten. Und vom Abgeben fernzuhalten. Jaja, die... Okay. Was soll das machen? Ja, eigentlich schon zu lange, Marcel, raus, ja. Ja, deswegen... Wir sollten... Ja, Verbissung, 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 Verbissung. Auch nicht abgeben. Ganz weg. Ne, einfach weg. Black on. Black. Black. Pferden. Ich Pferd in dein Gesicht. Geil. Aber jetzt, jetzt, jetzt... Ballern wir los. Ja, ist egal. Wir haben ja noch die Münzen. Münzen. Die Münzen. Geil ein Talent. Das ist aber schwierig. Ich glaube, wo sind wir denn jetzt? Drei. Das sind vier. Was? Nein! Ich hab' ich verklickt! Na! Okay, ich brauch' unten Hilfe. Okay, ich komm' mit. Ich brauch' unten ganz schnell Hilfe. Es sind drei und wir haben grad die Base kaputt. Okay, die beginnen aber nicht. Ich komm' mal schon! Ich hab' richtig oft gemacht. Nicht fighten, nur defen. Nicht fighten, nur defen. Nur defen. Boah, ist das schnell, ey. Jetzt können wir... Auf den Dicken hier... Okay. Genus, Arsch. Und in die Wave immer schön die B reinmachen. Ja. Dann stunzt du die für ne ganze Weile nach. Genau. So, ich... Können wir groupen und abgeben? Hehehehe. Okay. Du kannst rein, Marcel. Auf den Anuberein? Okay, raus, 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 raus. Achtung, Achtung, Achtung! Wollen wir hier unten groupen, Leute? Die machen hier grad... Die machen die ganze Zeit Druck. Okay, aber es drei gegen drei, wenn wir die auch schnellen. Ich glaub' ich geh' einfach mal sneaky abgeben. Ja, aber die haben einen Healer, Max. Dann komm' ich runter. Und den... Und den Raynaud, der sich nochmal heilen kann. Die sind gleich Level 9. Jetzt wird bezahlt! So, eine brauchen wir jetzt noch. Okay, die gehen nach oben. Pass auf, pass auf. Weg, weg, weg. Ich bin schon umweg. Okay, wir können fighten. Geht drauf, geht drauf. Auf Raynaud. Auf Raynaud. Ach, scheiße. Nein, der ist noch... Ah, Mist. Zwei sind top. Mal Furion, Mal Furion. Ach, das war gar nicht frei. Wir sind vier gegen drei, vier gegen drei. Raynaud, 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 Raynaud! Ja, ist egal, ist egal. Ist der da dritte daneben? Einer muss abgeben. Okay. Ja, kriegste, Kevin. Nice. Und zack. Nice, jetzt abgeben. Scheiß drauf, scheiß drauf, einfach abgeben. Mach das schon, ist alles gut. Nee, ich mein' alle. Wir haben schon voll, ja. Wir haben schon voll. Ach so. Jetzt machen wir die Rotation hier. Ja. Das und das. Nicht oben das Lager? Was ist denn mit dem oben Lager? Hier reichen zwei, lass die anderen, die anderen drei gehen oben hin. Okay. Kevin? Nee, nee, wir dürfen nicht alle, weil wir verlieren an XP. Einer muss bottom, einer muss immer noch hier. Weil sonst verlieren wir immer zu viel XP. Ja, aber wir können ja Lager machen, wenn die tot sind. Oder? Ja, aber du kriegst nicht so viel EP am Anfang durch die Lager, sondern mehr durch Minions. Ja gut, jetzt sind wir gerade dabei. Nach Level 10 ist egal. Ja, Level 10 haben wir. Predicted. Ist egal jetzt. Willst du Münzen nehmen, nimm du mal die Münzen am besten. Münzen! Okay. Kevin, da hier waren gerade noch welche, pass auf. Ich geh direkt mal abgeben, oder? Ja. Oh, hier unten, das Lager ist so lecker aus. Okay, wir kommen. Oh, passt auf, hier sind fünf. Wir brauchen Hilfe. Ja, wir kommen hoch. Wir kommen hoch. Lass euch hinter der Wand, genau. Nieder. Oh Gott, alter Jaina, wo läufst du hin, du dummes Sau? Johanna, immer noch in der Mitte. Ich brauch den scheiß Brunnen, ey. Achtung, du bist geroutet. Okay, ich geb jetzt ab, heimlich. Oh, alter, hier pushen sie auch. Nee, die gibt's jetzt ab. Alter, ich dachte, wir sollen oben helfen kommen. Alter, es ist fein hier oben. Ich, ich geb da oben. Oh, shit. Wir können feiten, wir können feiten. Rainer, Rainer, Rainer. Ja, Rainer, jetzt auf Malfurion. Heal hier hinten. Malfurion, Malfurion. Malfurion immer noch? Ich hab kein Mana. Wir sind zu langsam, wir sind zu langsam. Ich wusste nicht, dass, äh, in dem Moment, weil unten waren die grad an der Kaserne, wollte ich kurz clearen. Ich wusste nicht, dass sie engagen. Jetzt sind wir die Ultis. Ja, die haben die ganze Zeit schon Druck gemacht. Ja, das hab ich mitbekommen, weil ich dachte, wir halten es, weil ich wollte das hier halten. Ich nehm die Kiste mit, ne? Und dann können wir auch boxen. Oh, alleine. Pass auf, ne? Nein, nein, nein. Wir geben ab, wir geben ab. Warte, warte. Oh, shit. Okay. Oh, Gott. Ich sterbe. Ich sterbe. Pass schon. Ich komm von hinten und versuch... Da sind so viele Tails. Leute, ich... Alter. Lass die in den Finger von Emanuel. Alter, was ist denn... Einfach raus. Einfach raus. Komm, 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 komm. Boah. Alter. Nein! Oh, shit. Oh, Gott. Oh, Gott. Lass dich nicht stacheln. Oh, Gott. Nein. Nein, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Okay, aber es wär besser jetzt nochmal gewesen, hätten wir die Truhe nicht gemacht. Dann hätten wir jetzt nicht die ganzen Leute verloren. Boah, es geht schon. Wir haben... Wir haben keine EP verloren. Wir haben Münzen nicht verloren. So, aber jetzt zu Pilaten-Deffen. Hä? Ja, aber ich mein ja, wir haben halt nichts gewonnen. Und... Haben zwei Leute verloren. Doch, Münzen haben wir gekriegt. Vier Stück. Sind die nicht gestorben, die die eingesammelt haben? Aber jetzt konnte ich zum Beispiel abgeben. Nee, nee, nee. Das war nicht Wolf. Okay, hier fighten. Passt auf. Ja, der wird sich gleich zu den anderen stecken. Das ist Johanna, die ist nicht tot zu kriegen. Pass auf. Das ist Johanna. Wir können Botlane mal die pushen und dann das Lager probieren. Ich muss... Ich muss mit der pushen, halt. Passt auf. Ja. Hier, Lager. Ja. Okay, dann... Hier sind aber welche? Hier sind drei. Oh, kacke. Ja, der kommt. Hundesohn. Wollt ihr machen und ich? Einfach weitermachen. Okay, ja, ja. Ich komm runter. Anupistop. Okay, wir haben's. Die kommen nicht. Die können fighten, fighten, Anupistop. Ich komm auch, ich komm auch. Oh, Alter. Ich renn runter. Oh, 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 oh. Oh fuck, ich bin so. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Scheiße. Nein, 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 nein. Der Rainer. Der nimmt uns jetzt alle... Das war close. Ja. Ja. Ich würde sagen, ich finde das ziemlich übel, wenn die mit drei Tanks angelaufen kommen. Ähm. Was denn für drei Tanks? Ja, Nuwarak, Johanna... Ach, Leute. Ah, okay, erzähle ich. Ich stehe von drei aus. Du musst dringend weniger saufen, Chris. Das geht nicht. Ich trinke eigentlich relativ wenig Alkohol. Wer hat denn was von Alkohol gesagt? Vielleicht ein bisschen Laktoseintolerant oder so. Nee, dazu gehört nicht. So, die pushen jetzt richtig dolle hier. Das ist gar nicht schlecht. Wir können die machen, wir können die machen. Wir können die machen, wir können die machen. Scheiß Teil, Alter. Das gibt's nicht! Ich krieg ihn noch. Der hat sich noch. Nee, doch nicht. Ah, scheiße. Okay. Lass mal zu Piraten hingehen. Die kommen hinterher. Ja, ich muss weg. Die kommen, die kommen, die kommen. Wir sind gesplittet. Achtung. Auf die Anubarak. Anubarak und Rainer. Ja, Rainer. Anubarak, Anubarak. Rainer, Rainer. Sehr gut, sehr gut. Alter, nicht die Münzen. Jetzt nimmt die die Münzen. Ich glaub, ich hab wohl. Jetzt back in, back in, back in. Scheiß drauf. Ey, jetzt sind wir in der Überzahl. Ja, aber wir kriegen die eh nicht. Okay, den Malkurion. Ich versuch den zu kriegen. Okay, ich hab gleich Stun. Jetzt hab ich Stun. Okay, nice, okay. Sehr schön, geht doch. Den kann man, krieg ich auch. Jetzt kriegen wir auch den Klinger. Und jetzt den zweiten Stun. Oh, irgendwas macht mich. Aufsatteln. Gib mal ab. Okay. Ich hab ihn. Disload. Nice. Sehr schön. Den Lager hier noch mit. Okay, ich geb schon mal ab, weil ich... Ja, ist klar, ist klar, ist klar. Sehr schön. Geht doch. Alle ran an den Piraten. Kevin, willst du nicht abgeben? Oh, wir brauchen wir nicht. 10 von 12. Ja. Okay, jetzt die anderen beiden Lager da machen. Ja, okay. Die oben Lager machen. Kann einfach danach wieder direkt hin nach. Ich geh schon mal runter. Okay. Let's go. Let's go. Hey, come. Wie das Gamer eigentlich in Deutsch? Ja. Ich find die deutsche Dings eigentlich ganz gut. Ich muss oft Deutsch spielen. Die Synchro? Die ist richtig geil. Ja, Blizzard macht das gut. Ja. Hast Lager? Welches Levisur denn? Oh fuck. 16. Ja. Jetzt kommt der Damage, Kinder. Jetzt kommt der Damage. Der Damage. Der Damage. Ich geh direkt wieder hin. Chris? Das geht mal hier oben ab. Komm, 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 komm. Okay, wir verteidigen. Komm, das schaffst du easy. Okay, drauf, drauf, drauf. Auf my Furion. Na, Anubarak, Anubarak. Okay, gestern. Okay, my Furion. Okay, ich bin... Ich stun jetzt my Fur... Obwohl. Ja, ich versuch my Furion zu stun. Ja, 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 ja. Danke. Ja. Wir sind alle reingegossen. Ja. Zack. Sehr gut. Und... Nice. Geil, geil, Jungen. Jetzt hier, Boss. Wie gut ihr mich gerettet habt, ey. Jawoll. Natürlich. Marcel hat ja ein Auge auf die Karte. Pass auf. Halt dich wirklich. So, ich muss da gleich... Jetzt direkt... Nee, direkt abgeben. Dann haben wir voll. Ja. Abgeben wäre geil. Okay. Ich... Ja, wir können glaube ich dreimal abgeben mit dem... Obwohl... Ja, deswegen müssen wir schnell abgeben. Dann wird der Schnee wieder spawnen. Das sind nur 17 Sekunden, nur mindestens zu dritt. Die Kiste noch mitnehmen auf dem Weg? Ja, die mach ich, die mach ich. Okay. Achtung. Oh Gott, den will ich auch haben. Der sieht so lecker aus. Was dann? Ne, die sind alle wieder da. Lass lieber Save abgeben. Ja? Abgeben, abgeben ist echt gut. Scheiß drauf, das Ding. Hier, hier, den krieg ich, wa? Oh mein Gott. Den krieg ich, den krieg ich, den krieg ich. Nein! Ah, zu früh! Egal, dann mach ich so. Oh, nice, Captain. Ey, ich mein Marcel. Ich hab nix gemacht. Ja, war scheiße. Das war nix. Hier, Max. Bottom. Okay. Ah, scheiße. Was ist mit dem Ding? Ach ne, das ist ja weg. Okay, nice. Einfach Bottom durchpushen und das Ding nehmen. Ja. Mh. Mh. Können wir richtig pushen? Oh. Erst pass ich pushen aus und dann komm ich, äh, botter. Ich hab wenig Mana, ich hol mir hier kurz Mana. Ich hab grad erst Räger gespielt, zum ersten Mal. Easy. Jetzt unten das Lager, dann groupen wir und pushen unten durch. Und können wir, können wir nochmal voll machen? War da neun? Ja. Jaja, ich sehn. 19. Okay, dann machen wir kurz Lager, dann haben wir Druck auf der Botlane und können abgeben. Ich hab richtig Druck auf der Botlane. Damit ist mein Penis gemeint. Damit meinte er mein Glied. Ich hab so ein bisschen Angst mit Elfmünzen, ne? Go, go, go. Ja, geh einfach abgeben. Ach so. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh Gott, die sind alle da, die haben getrapt. Anno Barack. Anno Barack. Ihr müsst rum. Nein, ihr müsst jetzt rein. Ihr müsst zu uns kommen. Genau deswegen hatte ich Angst. Nice. Warum gehen nicht alle links lang? Warum splitten sich die Leute davor? Lauf du einfach dem hinterher, der vorangeht. Ja, rechts rum zu gehen war nicht gut. Ja, das bringt jetzt auch nichts. Naja doch, man muss ja Kritik jetzt hier äußern, damit wir es beim nächsten Mal besser machen. Pack auf, 14 Münzen. Hast du? Ja, der hat 14 Münzen. Ich hab 11 verloren. Ich hab alle eingesammelt schnell. Hast du? Nice. Oh. Wie viel haben die insgesamt? Können die einmal abgeben? Fünf, sieben, sieben. Jaja, die haben ja alles von uns eingesammelt. Nein. Wobei, wobei, der Kevin hat viele. Der Reger hat ja noch mal eingesammelt. Renn, Renn, Dingens, Boy. Jetzt mal Furion. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, weg, weg, weg. So, was haben wir da? Ja, sind alle da. Hier, neun, zehn. Hier haben elf Münzen insgesamt. Ja, gut. Dann können sie jetzt nicht abgeben. Können wir da rein oder gehen? Warte, was macht der denn? Ja, pass auf, die sind ja... Oh, ich bin rege. Einige. Ihr seid nur zu zweit, wa? Okay. Lass, lass den Piraten defen. Beziehungsweise die kommen auch da hin und dann killen wir die. Fünf, elf. Na, die Johanna ist gerade noch umgegangen, von daher. Ja, unten rechts ist der Gast. Wir können hier trappen. Richtig nice. Ich komm, ich bin noch nicht da, also pass auf. Oh nein. Nee, nee, nee. Okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, ich... Bist alleine da vorne. Ich komm. Och. Okay, aber das ist gut. Können wir abgehen. Kevin, gib du ab. Okay, 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 okay. Oh, ich bin zu hemmen. Nee, ich komm raus, geil. Ja, danke Kevin. Okay, fighten, aufsetzen. Okay, alles abgeben. Nice. Oh mein Gott. Genauso. Schwarmstoffmeister. Wird es reichen, wenn es nicht abgeht. Ja. Das Lager hier. Ja. Ohne ja. Ey, cool, wir haben ja vorhin den Bord. Christian, wir machen recht. Mit, 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 mit. Mit, mit, mit. Durch pushen? Meinst er? Ja, ja, wir können jetzt. Wir haben 40 Sekunden. Okay. Ja, ich kann ja hier den Turm wegmachen. Das holen wir auf jeden Fall genau. Auf ein Oberrack. Alter, ich... Oh, das soll jetzt erstmal das Lager sein. Oh Gott! Ah, wir können, finish. Boah. Jetzt wird hier Indi gemacht. Geil. Nur nicht zusammenstehen. Weil sonst kriegt der ganze Neurie dementsprechend. Au, 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 au. Ja hier, der Tower, schieß doch von oben. Alter, ich krieg hier übel Schaden. Einfach finishen. Ich hab gleich wirklich. Okay. Finish! Oh fuck sake. Finish, finish, finish. Oh, da ist Galle. Fuck sake. Da hab ich schon ein bisschen Panik bekommen, ey. Es läuft wieder, Leute. Läuft! Nice. Echt wieder. Tut gut. Alter. Erzählt es euren Freunden. Erzählt es euren Freunden. Dann können die wieder Wilder Joghurt gucken. Wilder Joghurt, Leute. Wilder Joghurt. Wilder Joghurt. Oh Max, wir haben Damage Base gemacht. Cool. Was ist das? Rolle. Du hast 42.000 Damage, ich hab 41.000 Damage gemacht. Alter, kein Death, so muss das. Dann bin ich besser. Rega ist nicht gestorben, ey. So, das war's. Easy. 20 zu 9 haben wir die weggevögelt. Ja, Mann. Das war schuld. Tschüss. Ich schake jetzt meine Mühe, Leute. Tschüss. Falls ihr Bock habt auf weitere Folgen von Abfahrt, Bootsfrauen und Wilder Joghurt, habt ihr hier die Links dazu. Viel Spaß dabei und Tschüssi.